Wie krank wird dieses Team bitte? Also, ist jetzt nicht so krank, aber guck ich mal bitte diesen Dembélé an. Alter, das ist geisteskrankt. Road to the Knockouts Team 2 ist geleakt worden. Ich weiß nicht, ob das komplett stimmt. Aber dieser Dembélé, der wird verrückt werden. Pepe lebt auch noch, ja. Der wird immer schneller, Bruder. Der wird älter und schneller. Das ist krass, ne? Pepe. Also Dembélé, der wird 800k bis eine Million kosten, glaube ich. Aber das Team an sich ist nicht so geil, oder? Was würdet ihr sagen? Nur Dembélé und Di Maria, geil, sonst Müll. Ey, Di Maria ist auch richtig geil für Let's Kill und so dann, ne? Weil der hat ja dann sowieso diesen krassen Trait. Schon geil, Alter. Hinsapie. Hinsapie. Desktop. Ah, der Rest geht so, ne? Die Lokale weiß ich jetzt nicht so. Vielleicht, wenn die sich entwickeln, sind die nicht schlecht. Lewandowski, ich weiß ja nicht, wie der sich spielen lässt, aber Dembélé wird Save der teuerste werden, ist klar.